Ich bin immer noch erster. Weißt du bei was? Bei deiner Mutter? Oh, Spaß! Jo Leute, willkommen zu einem neuesten Stream. Und... Ja! Ich spiel hier mit meinem Freund. Ey! Ja, Mann! Ich hab dir... Egal! Ich glaub, du stinkst. Bleib doch da! Ey, warte kurz, ich geh in ner Party, folg mir mal. Ich lass einladen, okay? Lauf dir mal. Warte, dann lass mich noch einmal einladen. Ich bin nicht mal in der Party. Von den kleinen Bastards. Hör auf, bist du... Ich freu mich am Schein. Was machst du? Boah! Boah! Warte, ich geh jetzt in die Party, wenn die auf Öffentlich gemacht haben. Oder er. Keine Ahnung! Hallo? Ich mach keine Geschmalleistin mit kleinen Bastards. oder so laut wie ein schweineklein bist oder was seid ihr halt an Dein Maul Die ausreichend sind Ich weiß eh nicht wo ich bin halt noch Was? Ey ich war so knapp alter Voila das war auch knapp Ach seien Oh mein Gott Ich geh mir jetzt nimm zwei alter Ah Ich geh mir jetzt mal hin Ich geh mir auf aus Du hast mich kurz die Fettzacke ne Voila wir sind die Fettzacke Wollanein 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 Du die Beine Wollanein Halt Dein Maul Der ist nix Wollanein 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 Lass mich du spielen Mann lass Wollanein 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 Wollane Was? Piss dich! Na, hör mal auf zu beleidigen! Mann, lass mal Livestream! Aber ich grad eben mit den Leuten, Alter, ich hab die so beleidigt! Ey! Ey! Ey, ich werd grad auch schon beleidigen! Ey! Kommt! Ja! Mhm! Hat der geschmeckt? Lass mal nachladen! Nachladen! Ja, lass mich doch nachladen! Wir sehen uns jetzt feiern! Boah! Hör mal auf, die ganze Zeit mit Grubbler zu machen! Ja, schein dich, oder? Ja, schein dich, oder? Das ist sein Lieblingswort! Ja, schein dich, oder? Ich schwör! Mein Lieblingswort ist ja... Ist auch, und jetzt? Er hat... Ja! Ja! AIMBOT! Leute, schreibt mal alle in den Chat, AIMBOT! Hashtag AIMBOT! Ja! Mit Sniper kann man kein Einbott haben! Mit dem Kopf! Hä? Ja! Digga, der, ich hab nix! Ey, guck dir jemand zu überhaupt! Du... äh... du... Du... äh... äh... Was? 3.000 Leute! Oh! Ey, kommt keiner auf meinen TikTok-Account! Er heißt... 3.000! 4.000! 2.000! 8.000! Kommt bitte da rein, wir haben... Ich hab road to 700 Follower, ich hab 680. Mach die Falte, bitte! NEEIN! Ey, wie ein Fettsack! Ich habe mich gerade an dem Zweifel verschluckt. Was machst du? Komm doch her. Ja. Maxi. Ey. Ey. Komm doch her. Ja. Nein, komme ich nicht. Keine Ahnung. Der ist glaube ich nicht da. Ey. 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 Ich darf nicht mehr so rumschreien, Alter. Alter! Mach doch jetzt mal rum, Alter. Ich darf nicht so schreien, ich darf auch nicht. Was machst du? Ey, ich hab wieder rumgeschrieben. Ey, hör doch auf. Ey, jetzt hör du doch auf. Ich liebe es. Lass jetzt mal nur mit Jagdgewehr. Lass mal die ganze Zeit Trickshots mit Jagdgewehr machen. Ja, dann kill ich dich aber die ganze Zeit. Lass mal Trickshots mit Boom Boom. Hä, wie soll man da Trickshots machen? Hä? Ey, wir sind Tientiner. Ey, wir sind Tientiner. Wir brauchen... Wir müssen... Wir müssen Boom Bogen holen. Ey, lass hoch bauen und dann einen... Wir müssen Boom Bogen holen. Wir sind Tientiner. Ey, bleib mal stehen. Ich baue mich hoch und ich versuche mit Boom Bogen... Hä? Hä? Ne, ist doch easy. Wir müssen nur hochkommen. Da müssen wir die... Da musst du dich treffen, ne? Geh, lass hoch machen, Alter. Was? Hä? Hä? Wo bist du? Bist du jetzt runtergefallen? Ich bin immer noch oben. Du bist hier nicht, was ich will. Denn ich will nur... Denn ich will nur... Kekse essen. Weiß eh nicht, wo ich bin. Deswegen... Ess einen Keks, du... Oh! Was? Hey! Nein! Was? Was? Also... Ich bin immer noch der Keks. Ich weiß, ich habe einen Respekt verdient. Hä? Wo bist du? Hä? Wo bist du? Ich bin oben. Aber du kommst jetzt sicher noch. Ok. ich musste nachladen ja er hat gar nicht du bist einfach besser mit aus ob du so wenig geben als ob du sie nicht kennen das ist mein live-film hier wird mich beleidigt warum du kleiner bau ja okay bleib du jetzt mal da oben ich versuche jetzt auch ja okay dann bleib ich oben ich bin dann der könig ich treff nix ich hab dich rumschreit Junge lass mich doch nee du bist eine andere Tintina lass mich doch einmal aufbauen gehen hoch fast rebel doch du feckst du scheiße ich bin so schlecht Junge ich schieße keine Ahnung im Weltraum schieße ich das ist so ein Turm und den müssen wir immer besteigen hier also eine Romo also wir müssen den killen wir müssen den killen den Gegner der grad oben ist und dann müssen wir da oben bleiben können ja ich bin oben ich hab den Kohn bestiegen was machst du was er hat sich selbst schaden hä 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 ja mach mein Turm nee ist mein Turm mein Turm mein Turm ich bin da ich bin in Kohn ich bin in Kohn ich bin in Kohn Hey, ich komme bei dir. Ey, ich bin runtergefallen. Ey, warte, ey. Man trifft nichts mit diesem Bobogen. Man trifft nichts mit diesem Bobogen, der ist behindert. Der Bobogen ist behindert. Wahrscheinlich ist der Bobogen behindert. Schön, oh, oh. Oh, ganz schön, oh. Oh mein Gott. Ist das ein schöner Lund. Ich baue den Turm höher als du. Der Turm muss ab jetzt darf nichts mehr gebaut werden. Wir bauen jetzt eine Plätze und da kämpfen wir. Nix machen. Ey. Du musst den Bobogen nutzen. Nein, der Bobogen ist scheiße. Dann geh weg von mir. Ja, der ist komplett scheiße. Warum gewinne ich dann die ganze Zeit gegen dich? Ähm. Ja, weil ich vielleicht nichts treffe, ja. Eine Behinderung, keine Hardware, Jayden. Ja, dann, ich hab die von dir bekommen. Ja, Max, ne. Da hab ich die Shops genommen. Komm doch hoch. Ich bin normal. Du redest ja. Ich, Dunckhoff. Ich bin runtergefallen. Ey, du hast noch mal deinen Streamen an, ne? Ja. Komm zu mir alle auf meinen TikTok-Account. Sag ich zum zehnten Mal. Er heißt Maxim. 4, 3, 2, 8. Er fiel dir nur 20 Follower zu den 700. Und erlaubt uns. Junge, ich hab den Likes gegeben. Also mach jetzt keine Werbung. Immer stell dir mal vor, dass du 3.000 Likes hast. Ah, kannst du... Kannst du... Hast du die Hände, Mama? Ey, nun, ich ziege mich gewinnt, ja. Und wenn jetzt eine Mutter reinkommt, ich töte dich. Ey, komm, wir holen eine andere Waffen. Der Bumbo ist voll behindert. Ja, okay, komm. Ich nehm nur einen Sniper. Hol dir einen Hut. Was? Ja, ich weiß schon, was ich hole. Ich komm jetzt hoch zu meinem Thron. Mein Thron. Mein Thron. Ich weiß nicht, ich schlafe dir. Ich brauche dir nichts. Ich brauche dir nichts. Oh Gott, der Ruf war hier. Guten Morgen! Nein! Jo, er will mich snipen. Was denkt er, wer der ist? Heizt du Peter oder was? Du, was denkst du, wer du bist? Ich bin so schlecht! Warte kurz. Wir dürfen keinen Sportler nehmen. Ey! I can drink. I can smoke. Max, hast du komplett ausbiegen? Fortnite. I can drink. I can smoke. 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 Äh, 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 äh. Äh… Meine Frage, geht's dir gut? Neee. Okay. Kann ich verstehen. Ich weiß, wenn du eine Dummheit schaffst, keiner… Außer Jayden. Oh my god! Wo ist der Weg genommen? Hey Leute, was hat daran jetzt Ehre genommen? Komm doch hoch! Trau dich! Ich komm doch! Aber nicht können, okay? Nichts kennen, du! I can drink, I can smoke... Moin! Soll ich die Redshot mitgeben? Mit Kampfschrottpflanter? Das werde ich zubauen. Nee, nix zu zubauen, Mensch! Kevin ist dein Name, meine... Ähm... Ähm... Alter! Hast du einen Dach-Schaden oder so? I can drink, I can... I can drink, I can smoke! Komm doch! Komm doch! Ich glaub, sie sind geistig behindert. Guck! Hier kann man so hoch! Komm doch! Was? Nicht killen! Guck! Das hier ist so ne Map! Hier kannst du hinten hier so... Hier bauen wir ne Tür... Ja, ich muss ne Headshot geben so, Kappa! Du willst mir nen Headshot geben, du! Die Tür macht mir natürlich zu! Ey, warte! Wir müssen uns aber nen Grappler holen! Hey, Junge! Hey, Co! Mein Grappler kommt jetzt erst an! Hey, mein Grappler hängt! Äh, brr! Äh, brr! Ich bin jetzt... Äh, brr! Immer wenn wir sterben, müssen wir nen Grappler holen, um hochzukommen! Ich hab doch schon nen Grappler! Wie viel auf soll ich das noch sagen? Ja, ich brauch aber nen Grappler! Ich komm jetzt hoch! Ich heiß nicht Kevin und bin der Dümmste hier im Land! will ich das noch ein ph 확verl ministrafen! Ich hab den so hoch sind! Ich spiele ihn auf den Band! Alter, ich hab die so auf! it's мод up zu bluffing! Und du bist so... Wenn du schon bist, mammel, sprich verkauf oder ner denn das, den wir so entsplannen mal seien! Hey! Nein, ich verlasse gleich einen Tag. Ne, Pech gehabt. Ne, Pech gehabt. Ne, nix gleich, Alter. Ne, nix gleich, Alter. Okay, wenn du willst, kann ich jetzt auch. Komm doch, eins gegen eins, Alter. Du kriegst von mir eine Bombe. Hä, warum kann ich nicht editieren? Ach, so läuft dein Hasen. So, wo bist du jetzt? Ich editier für dich. Ey, Junge, ich kann nicht mal hochkommen. Wo bist du? Ich kann nicht hochkommen. Ich bin jetzt hier. Es ist unmöglich, diesen Turm hochzukommen, Alter. Es ist möglich. Du bist halt zu hohe. Nicht killen! Komm rein! Und wenn du mich killst, Alter, ist es fair. Hör auf! Ey, Junge. Du hast so eine Bombe kassiert, Alter. Ey. Ich hab extra einen Eingang gebaut. Der ist links. Ich hab extra einen Eingang gebaut. Ich hab extra einen Eingang gebaut. Ich hab extra einen Eingang gebaut. Ja, ich wollte das auch machen. Okay, dann warst du jetzt hier. Junge, warum bin ich hier überhaupt? Hä, wo bist du? Ich habe eine Wiese fest! Ja, wo ist die Person, warum ich hier? Ich hab extra einen Eingang gebaut. Ich hab nachschiedet. Mein Mein Mann, das ist hier zu encontrar. Ich habe extra einen Eingang gebaut. Man meine Wiese, nicht? Ja... Hey, Pistisch! Hey, Pistisch! Ich hoffe, die sind in die Welt. Ich hoffe, die sind in die Welt. Die Kriegstoren sind in die Kriegsteine Bomben, ja? Geh weg! Ey! Ey, hier oben! Warte, ich muss kurz editieren! Es bleibt ja alles so, wie es hier ist! Komm hierher! Warte, editier kurz! Komm mal mit! Alter, hör doch auf! Komm jetzt! Es bleibt ja alles so, wie es hier ist! Ey! 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 Du bist wirklich so ein Scheiß! Hör doch einfach mal auf, Alter! Du stinkst nach Kacke! Äh... Wie kann man nach Kacke stinken? Ich weiß nicht, immer. Heute, der labert immer, du stinkst nach Kacke. Keine Ahnung, was der labert, dann halt. Ah! 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 Ah, meine Haut tut mir hier! Halt den Maul und sag nicht, dass ich das bei Essen mal geschafft habe! Ich hab das bei Essen mal geschafft! Ich spiel Pro! Ah! 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 Ich wusste jetzt, dass du irgendwas so was machst, ne? Ich hab doch mal wirklich drauf! Ach! Ah! 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 Du Bastard Hi Moin Was ist das, Alter? Oha! Ne, aber jetzt will Tor kommen in den Eingang, ok? Junge, wenn du mich holst, hätt ich das erste Licht einfach noch fett Nein, tu ich nicht, ich baue kaum Ich baue kaum Ich baue kaum Euro, schwöre ich Ich irgendwo eine andere Map Ich schwöre auf Pigment Ich bin zu dem Lauch, hab ich kein Bock mehr zu spielen Ich hab doch gesehen, du würdest editieren Kaffe Hä? Ey! Wo bist du? Ey, lass mich! Äh! Ah! Ja! Nein, nein Der kassiert auch kaum Der kassiert auch kaum Deine Mutter kassiert kaum Ey! 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 Fettsack! Fettsack! Komm her! Tschüss, Alter! Ey! Ey! Warte kurz! Chill! Ey! Warte kurz! Chill! Ey! Chill! Ey! Chill! Ey! Ich hab grad keine Waffen Ich hab grad keine Waffen Ey! Wo bist du? Ne Ich weiß nicht Halt mal Wache, falls einer reinkommt Weil ein Freund kommt gleich bei mir rein Hör du auf, Alter! Was ziehst du auf mich? Ich geh kurz weg, ne? Warte! CALLED QUER Maxi Tschüss. Ich habe alles zugebaut hier, dass der sich keine Waffe holt. Hey. Hallo, reden wir doch. Was machst du? Was machst du? Hallo? Was machst du? Hallo? Was machst du? Was machst du? Ich habe nichts gemacht. Du hast einfach so rundum rumgeschossen. Ja, es kann sein, weil Dings, ich habe so Kontrolle immer so hingestellt. Guck, dass ich einfach automatisch so mache. Ich bin gerade extra zuletzt. Ich bin schnell weggerannt. Ich bin wieder schnell hier hingerannt, weil ich gehört habe, dass du mich getötet hast. Bis gleich. Bis gleich, ne? Ja, wieso? Ich bin jetzt schon vor. Wenn du das alles tun hast, dann bist du ja auch nicht. Ich habe nichts. Ich bin jetzt schon vor. Ich bin jetzt schon vor. Ich bin jetzt schon vor. Ich bin jetzt schon vor da. Ich bin jetzt schon vor. Hallo? Ja. Ja. Hey. Mit deiner Fettzock. Danke. Danke. Ich hab's Jey noch nicht spielen. Hey. Was schlachst du? Genau. Du hast doch gesagt, der ist bei uns gleich. Was ist er denn? Ey Junge, was spielst du mit Diegel? Mein Freund hat mir geschrieben, dass er doch nicht kommt. Oh mein Gott, tut weh. Wer ist dein Freund? Ey Pisser, ey ey. Der ist Fabian. Ja wahrscheinlich. Mein Vater weiß nicht mal wie man PS4 anmacht. Und wer ist dein Vater? Und wer ist dein Vater? Das ist Fabian nicht mein Vater, Alter. Weißt du wer ich bin? Ja. Dein Vater. Ich bin deine Mutter. Oh. Ich bin deine Cousine. Oh. Ey, du hast 2 HP. Oder du hast 2 HP. Nein, ich hab 8 HP. Aber gut geraten. Ich bin deine Mutter. Du hast 3 HP. Ich bin sehr Cousine. Hallo Mama. Berichtiger Fatzack. Ne Waller. Ich schwör. Da Hoga. ich esse deinen vater auf es geht gar nicht weil er zu dick ist ja okay dass du spinn warum bin ich immer noch erster nicht nicht verlassen schweuer peter holt du bist so schlecht hallo mal okay wieso habe ich nicht wieso treff ich nix ja brot du mann ein ich schreie sie ja wie behinderte menschen ich habe eine frage gestellt bitte beantworten die sie was denn ne ich hab den aus weil darf ich nicht aus haben ich hab den noch an das film geht seit 37 minuten wie gut bist du wie kannst du nicht schnell so schnell schießen alter weil die regel und kommt das sind Lass mich auch probieren, Alter. Hey, Fettsack. Man braucht halt nur mehr Aim. Nigger Degel, es kommt jetzt scheiße. Der sagt Degel, du bist überhaupt nicht. Ist doch so. Guck. Ja, gell, es kommt jetzt scheiße. Hätt ich erst in der Luft geholt, was hättest du dann für der Degel gesagt? Komm, ich spiel jetzt nur noch mit Degel. Boah, Degel. Ich hab gesagt nur mit Degel, Fettsack. Okay, nur mit Degel, komm. Halte mal, Junge, der muss nicht. Ich hab jetzt die beste Idee damit. Ist Degel schlecht? Kopf. Fünfzehn Headshots, ne, wahrscheinlich. Degel gut, ja. Schläfst du grad dein Kopf dagegen? Hey, okay, Degel, so schlecht! Hä, ich hab dich doch grad mit der Degel geholt. Ja, und deswegen ist es schlecht. Lass dich alle Waffen holen. Lass dich alle Waffen holen! Fettsack! Bist du jetzt nur nicht verlässt? Ja, okay, okay, nimm andere Waffen. Du kannst alle Waffen, die du willst nehmen. Und ich lass nur die Degel. Ich treff mich mal. Warte, ne, mach mal andere Waffen. Ich mach nur so, als ob ich die Strasse. Hey! Halte dein Maul. Ich hätt grad einen Headshots bei dir getroffen. Als ob ich das getroffen hab. Als ob ich das getroffen hab. Du Bot, Alter. Hä, hä, hallo? Was machst du? Hä? Wahrscheinlich! Du bist jetzt nicht da! Äh, Max? Max? Ey, sorry, ich hab... ...ding... ...hoffentlich rumgeschaltet, weil ich hab keine Ahnung. Du bist ein Fettsack! Du bist... ...mhm. Ey, ich hab nur Erlauben gesteckt, nur Erlauben gesteckt! Du hast 60 HP immer. Du hast 60 HP immer. Äh, ja Max? Äh, ja Max? Äh... Schnee! Los! Biss dich doch, Alter! Warum triffst du... Wie triffst du das? Ey, lass mal nur Losgubbis machen, Alter! Ja, okay, komm! Lass mich nur Losgubbis machen! So! Äh... Alles nachgeladen? Oh! Wie triffst du? Wie triffst du? Was triffst du? ... Komm doch jetzt her! Ey, du kannst mich bauen! Komm doch herab, oder? Ey, Dita, warum bist du fett? What? Warum essen du Marmelade, ha? Was? Halt dein Maul! Ich hab gedacht, ich bückst dich, ich bückst dich, ich bückst dich, mhm. Baby, mein Deutsch. Ey, wo bist du? Halt dein Maul! Ah! Ah! Oh mein Gott! Wie kannst du so gut treffen? Halt dein Maul! Halt dein Scheißfresse! Junge, bleib mal kurz, okay? Ich mach einen Überlebensfest. Du überlebst du alles, okay? Guck mir einfach zu. Okay. Warte. So sieht dich sogar keiner, warte. Ich muss nur kurz das finden. Oh, ich muss gucken, ob ich den überhaupt hab. Ey! Was willst du machen, hey? Ey, lass dich einmal treffen, okay? Was willst du machen, hey? Ey, lass dich einmal treffen, okay? Ich hab' verlassen, Alter. Warum? Wegen Duos. Ah, kein Ahnen, hey, lass. Ja, lass. Ja, lass. Ja, lass. Ich mach' gleich. Lesben-Schmängchen-Sischen. Alle Lesben sind Mannschreiber. Alle deutschen Lesben sind hässlich. Alle Deutschen sind hässlich. Und deswegen solltet ihr immer aufpassen, wenn ihr... Auf mich! Fakka! Ich habe noch eine Frage, Andys. Ja, дорогой! Kannst du mich dünnen anstehen? Ich komme zu jennen, dass sie unter Pine wolf und erst sieben. Däun, zänen, 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 zänen. Du bist ein verdなet? Was bedeutet das? Dann wende ich dich von mir nicht sprechen, dann wende ich mich. Ich muss dich mit mir sprechen, wer ihr zu tun? Die Leute die Leute keine, meine Leute... Ich denke, sie wenden Sie sich... Das war's. Hallo, sonst verlasse ich Kappa. Darf ich bei dir mitspielen? Okay. Sind wir jetzt Freunde? Ja, yeah, kriege ich ein Pay? Darf ich bei dir mitspielen? Das ist ein Gameplay, ähm. What I see at the two, yeah, ähm. Ich glaube, ich hoffe, ich habe es mit dir. Kappa kann nur das sehen. Wer nutzt diesen Sound und du machst Abonnenten, du schaust dir meine Videos an. Doch Liken fällt dir schwer daran, mach das Herz jetzt endlich rot. Drück aufs Kreuz, dann sind wir Bros. Dann sind wir Bros. Ich mache jetzt TikTok dazu. Benutzt diesen Sound und du machst Abonnenten, du schaust dir meine Videos an, doch Liken fällt dir schwer daran. Mach das Herz jetzt endlich rot, drück aufs Kreuz, dann sind wir Bros. Dann sind wir Bros. Benutzt diesen Sound und du machst Abonnenten, du schaust dir meine Videos an, doch Liken fällt dir schwer daran. Mach das Herz jetzt endlich rot, drück aufs Kreuz, dann sind wir Bros. Dann sind wir Bros. Benutzt diesen Sound und du machst Abonnenten. Geht los. Warte kurz. Dina. Dich muss ich noch markieren, wo bist du? Wo bist du? Oder Arel. Freunde. Mir ist klar, Maxime. Ich geh da diese Dings besuchen, ne? So, ich lande am Arsch der Welt. Ich geh da Dings besuchen. Ich geh da Dings besuchen! Junge, kannst du kein Deutsch? Dann fliegen wir dann, dann nächste Runde fliegen wir da. Hey, was macht er? Guck mal! Zwei Lambs, ne? Mach hier! Nur bei mir ist krass, du ein Boss! Ey, ich kann nicht treffen! Ey, ich kann nicht treffen, man! Also, ich versuch letztes Mal! Ich muss ihn leider kühlen! Wen? Mein Freund! Oh, jetzt muss ich noch ein Dings besuchen! Nächste Runde fliegen wir dann dahin! Kepi, weg! Gegen rein! Ich versuche, jetzt den goldenen Fisch zu angeln! Ich helfe dir auch hier, hast du noch eine Dreckerei? Ne, hab ich leider nicht! Ich hab nur eine! Oh, du musst eine suchen! Ja, wo hast du die gefunden? Ja, wo hast du die gefunden? Hier war die! Wo hast du? Ja! Wart du? Klaus, wir haben zu! Naja, wer ist das?